Auf Kayani aufmerksam wurde ich durch die Empfehlung einer lieben Freundin für die wunderbaren Produkte, die einen fantastischen Job machen. Ich werde diese Produkte nie wieder aus meinem Leben lassen. Nichts liegt also näher, als mit Menschen, mit Freunden, Bekannten, mit Interessenten über diese wunderbaren Produkte, aber auch die Geschäftsgelegenheit zu sprechen und Lösungen für Herausforderungen, sei es in finanzieller oder gesundheitlicher Hinsicht, zu suchen und zu finden. Mein Mann und ich sind Unternehmer mit einer Autowerkstatt und Reifenhandel und freuen uns darüber, dieses Empfehlungsbusiness nebenberuflich aufzubauen. Es bedeutet für uns, dass wir alle Vorteile des traditionellen Unternehmertums haben, aber ohne die typischen Risiken. Network Marketing ist für mich die fairste Art und Weise, die ich kenne, nicht nur zu überleben, sondern ein gutes und erfolgreiches Leben zu leben. Network Marketing ist nicht perfekt, aber besser als alles, was ich bisher kennengelernt habe. Die Belohnung dafür ist ein powerfules Arbeiten mit einem wunderbaren Team, mit wunderbaren Menschen und immer wiederkehrendes passives Einkommen ohne Obergrenze, um ein selbstbestimmtes und sorgenfreies Leben zu führen. Jede positive Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Wir haben diese Entscheidung vor nun sechs Jahren getroffen und sind unendlich dankbar dafür. Mein Name ist Evelyn Bauer und ich liebe und lebe Kayani. Dankeschön.